Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Mein letztes Video hatte sehr viele Anschauer. Es ist interessant, ob das das Thema ist, wenn ich halt über Entrückung rede. Da habe ich dann mehr Leute. Aber ja, wenn ihr die vorhergehenden Videos noch nicht gesehen habt, bitte schaut sie euch an. Die sind sehr wichtig. Eins war halt mit Pharmakia. Das heißt, wir müssen wirklich, als Christen müssen wir uns bewusst sein, dass wir uns diesem pharmazeutischen Komplex Gesundheitswesen nicht unterordnen können. Und das ist ein gutes Video gewesen, das wirklich zu zeigen. Und davor habe ich eben über das Tier aus dem Abgrund oder dem Meer geredet, unter das wir jetzt leben. Und auch da müssen wir aufpassen, damit wir uns diesem System nicht beugen. Das heißt, diesem politischen System. Weil wir ja ständig damit konfrontiert werden. Und ja, wir sind ja eigentlich schon programmiert geworden, dass wir uns diesem System beugen, indem wir denken, wir müssen wählen. Ja, schaut euch diese drei Videos, habe ich da gemacht, mit diesem Tier aus dem Abgrund. Und wer das ist, ja, warum es aus dem Abgrund kommt, ja, schaut euch das an. Das sind auch weniger eben Leute gewesen, die das angeschaut haben. Warum, weiß ich nicht. Ja gut, vielleicht halt wegen dem Thema. Na ja, ich will heute nochmal über Entrückung reden, weil es hat mich jemand gefragt über Vorentrückung. Vorentrückung. Und ich sage immer, wenn ich das höre, das Wort Vorentrückung, ich weiß nicht, wer das verbreitet, ja. Das ist Vorentrückung. So ein Schmarren, aber natürlich die Leute, die meine Videos kennen und die nicht neu sind, die wissen ganz genau, diese Zeitlinie, ja, diese Zeitlinie, der Zeitabschnitt, Zeitlinie von der Endzeit. Und ich habe darüber schon sehr oft geredet. Es gibt keine Vorentrückung. Natürlich, was Vorentrückung? Das Wort kommt auf gar keinen Fall vor in der Bibel, ja. Vorentrückung. Gibt es dann zwei Entrückungen, eine Vor- und Nachentrückung. Es gibt eine Entrückung, meine Lieben, ja. Und diese Entrückung wird beschrieben im 1. Thessaloniker 4. Und nicht nur 1. Thessaloniker, 1. Korinther 15. Und dann wird diese Entrückung auch beschrieben im Alten Testament. Das habe ich auch schon gezeigt. Zum Beispiel, ich kann mich an 1 erinnern, das ist Jesaja 26, 19 bis 21. Ja, ihr müsst euch diese anschauen. Und da ist noch irgendwo Sefenai oder irgendwo ist nochmal eins, ja, wo das wieder steht. Und dann können wir das auch bei Lukas 21, können wir einen Hinweis sehen, eben auch auf die Entrückung. Ja, und ich werde es Entrückung nennen, weil es im Deutschen so übersetzt wird. Ja. Was die Amerikaner oder die Engländer gemacht haben, ist eine andere Sache. Darüber rede ich nicht. Normalerweise müssen die Deutschen das wissen, dass das Wort Entrückung benutzt wird. In 1. Thessaloniker 4. Ja. Das heißt, die Toten werden auferstehen. Das ist das allererste, was passieren wird. Die Auferstehung der Toten. Und dann die, die noch übrig sind an diesem Tag. Werden umgewandelt in einem Augenblick. Und werden dann auch beim Herrn sein. Nein, das ist Entrückung. Und sonst gar nichts. Ja. Sonst gar nichts. Es ist nicht das Einsammeln von den übrig gebliebenen nach der Zorn Gottes, die die Engel einsammeln. Das wir auch in Matthäus 24 sehen. Ich glaube 31. Ja. Dass am Ende von dem Zorn Gottes diese Auserwählten eingesammelt werden. Aber das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde hat die Entrückung oder die Wiederkunft vom Bräutigam vermisst. Ja. Matthäus 25. Ich weiß, dass ich das schon so oft gesagt habe. Und es tut mir leid für die Leute, die meine Videos kennen. Und natürlich gibt es dann immer wieder neue, die dann wieder diese Sachen fragen vor Entrückung. Nein, es gibt eine Entrückung. Ja. Und natürlich gibt es auch ein Einsammeln, das die Engel verursachen. Matthäus wiederum 24, 31. Da sammeln die Engel, da gehen die Engel aus und sammeln die Leute ein, die eben durch den Zorn Gottes gehen mussten, weil sie es nicht in die Entrückung schafften. Und wir kennen da eben Matthäus 25, wo Matthäus das ganz eindeutig beschreibt von den 10 Jungfrauen. 10 Jungfrauen stehen natürlich wieder symbolisch für die Jungfrauen, für alle Jungfrauen. Es waren nicht genau 10. Und die Hälfte davon, die war bereit, als der Bräutigam kam und die Braut abholte, ja, sie hatten das Öl, sie hatten den Heiligen Geist. Meine Lieben, ihr dürft das nicht gerade so gehen lassen. Ihr müsst wissen, und genau die Leute, die halt immer bei dieser Entrückung dabei sein wollen, müssen wissen, dass sie den Heiligen Geist haben müssen. Sonst werden sie nicht dabei sein, ja. Ich habe wieder jemanden gehabt, der gemeint hat, ja, war unsicher über diese Taufe. Und die Taufe ist nicht nötig, ja, dabei zu sein. Was nötig ist, ist der Heilige Geist. Wir wissen ja, dass, wer hat das gesagt? Hat Johannes gesagt? Irgendjemand hat gesagt, ja, der Messias wird kommen. Er wird nicht, ja, also mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist. Ja, mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die Wassertaufe ist zur Buße, ja, zur Buße, zur Umkehr. Ich kehre um und ich gehe Jesus nach. Ich lasse alles hinter mir, die weltlichen Dinge hinter mir. Das ist ein Zeichen, ja, für diese Wassertaufe. Ich lasse alles hinter mir. Und ich werde nun mit Jesus sterben. Das heißt, als die alte Person wird sterben. Und ich werde nun eine neue Person und ich werde Jesus nachfolgen. Das ist die Wassertaufe, ja, symbolisch, symbolisch. Aber das Wichtige ist ja, was in der Person eigentlich vor sich geht. Die Wassertaufe ist nur symbolisch, was wirklich mit dieser Person vor sich geht. Und nun müssen wir, das ist Umkehr, Buße, das muss auch gehen, also muss vorher kommen, die Buße, Umkehr, Buße tun. Ich bin gegen Gott gegangen, ich bin der Welt nachgelaufen. Und nun, ich werde Jesus Christus nachfolgen. Und dann fängt halt dieser neue Wandel an, Lebenswandel, mit Jesus Christus. Und dadurch haben wir den Heiligen Geist, dadurch sind wir mit Jesus Christus verbunden. Viele, die halten da an, naja, Jesus ist für mich gestorben. Und damit hat sich die Geschichte erledigt. Aber wenn wir Paulus und Jesus lesen, wissen wir, hundertprozentig, das ist nicht nur, ja, ich nehme Jesus an, als mein Retter, sondern besonders mein Heiland. Ja, ich werde ihm folgen. Er ist der Einzige, dem ich folge. Keinem Pastor, keinem Lehrer, also Bibellehrer, keinen Politikern. Ja, niemand. Nur Jesus. Jesus ist mein Führer, mein Meister, mein Bräutigam, mein Alles. Und wenn wir nun den Heiligen Geist haben, weil wir ihm nachfolgen, ja, dann sind wir diese fünf weißen Jungfrauen. Und die fünf Törichten haben es nicht geschafft, weil sie, ja, sie haben nicht, die sind nicht wirklich Jesus nachgefolgt. Sie haben zwar gesagt, ja, wir sind gerettet, ja, aber sie sind nicht nachgefolgt, sie sind ihren eigenen Zielen nachgefolgt. Und wie viele Leute tun das heute in den Gemeinden? Sie sagen, ja, ich bin gerettet. Und dann folgen sie aber nur ihren eigenen Zielen. Ja, was sie sich jetzt vorstellen, denen folgen sie nach. Viele Gemeinden sind so, viele Pastoren sind so, ja, das wollen wir nicht, das ist falsch. Und deswegen, ja, ist es wichtig. Und diese fünf Jungfrauen werden abgeholt vom Bräutigam. Es hat mich auch jemand gefragt, eben, dieses, niemand kennt den Tag oder die Stunde, nur der Vater. Ja, das ja auf den Bräutigam oder auf die Heirat zeigt. Die Heirat von der Braut und der Bräutigam. Was weiß niemand? Niemand weiß, wenn der Bräutigam kommt und seine Braut abholt, nur der Vater. Weil der Vater sagt, wenn die Zimmer fertig sind, ja, ist ganz wichtig zu wissen. Und das heißt aber nicht, ja, dass, ja, na gut, wir wissen den Tag und die Stunde nicht, ist doch klar. Aber das heißt nicht, dass wir nicht die Zeichen sehen, dass der Tag nah ist, ja. Wenn die Braut zum Beispiel doch sieht, dass die Wohnung fertig ist, ja. Dann weißt du doch, dass der Bräutigam jetzt bald kommt. Sie weiß nicht ganz genau, aber sie weiß so ungefähr, aha, die Wohnungen sind fertig. Am besten bin ich total vorbereitet, ja. Und so geht halt die hebräische Heirat. Viele kennen diese hebräische Heirat nicht. Sie kennen ja nur die Heirat von der westlichen Welt, was wir heute haben. Und die hebräische Heirat ist anders. Da macht der Braut und die Bräutigam einen Vertrag. Sie trinken den Kelch, ja, mit dem, ja, mit dem Wein. Das ist ja auch bei uns während dem letzten Abendmahl sein Blut symbolisiert. Symbolisiert, wenn wir sein Blut trinken oder den Wein trinken, ja. Sein Blut symbolisiert, weil er für uns gestorben ist. Das wäre der Brautpreis. Und dann sind sie verheiratet. Maria und Josef waren verheiratet, ja. Sie waren verheiratet. Sie waren versprochen. Und sie haben sich versprochen gegenseitig, dass sie verheiratet sind. Und dann ging aber Josef und hat eine Wohnung vorbereitet, ja. Und während dieser Zeit wurde Maria schwanger. Und wie lange hat es gedauert? Ja, es hat schon ein Jahr gedauert, ne. Und so lange dauert das eben mit dem Hausbau. Es kann ein bis zwei Jahre dauern, ja. Bis das Haus, die Wohnungen fertig sind. Und das hat Josef gemacht. Und während der Zeit wurde sie dann schwanger. Und dann ist sie aber genauso eine Ehebrecherin. Deswegen hätte er sie eigentlich steinigen lassen können, was er nicht getan hat. Weil er sie ja Ehebrecherin war. Und so ist es auch mit uns. Wir, wenn wir uns entscheiden für Jesus Christus. Und wenn wir den Bund eingehen. Ja, den neuen Bund. Der mit uns geschlossen hat. Wenn wir den eingehen. Das ist ein Ehevertrag, meine Lieben. Das ist das gleiche wie ein Ehevertrag. Und wenn wir das eingehen. Und während dem Abendmahl trinken wir den Kelch, wie gesagt. Mit Wein. Und das versiegelt immer wieder diesen Bund. Das erinnert uns immer wieder daran, dass wir diesen Bund mit Jesus Christus, diesen Ehevertrag geschlossen haben. Und nun ist Jesus, er hat ja gesagt, er wird uns Zimmer vorbereiten beim Vater. Was der Bräutigam macht. Und dann kommt er und holt uns persönlich ab. Er wird nicht die Engel benutzen. Das sehen wir halt in Matthäus 25. Da kommt persönlich der Bräutigam. Und wir sehen das in anderen Stellen. Dass der Bräutigam persönlich kommt. Ja? Er schickt nicht seine Engel und holt seine Braut ab. Ja? Er holt die Braut ab. Und dann waren fünf Törichte, die nicht vorbereitet waren. Und sie wurden zurückgelassen. Und nun gehen sie an die Tür. Und die Tür war verschlossen. Und Jesus hat gesagt, ich kenne euch nicht. Ja? Liest das nochmal. Ja? Also. Und dann. Ja, Entschuldigung. Ich habe was gehört. Ein Geräusch gehört. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, meine Katze macht irgendwas. Ja, und diese Törichte, die Jungfrauen stehen vor der Tür. Und was passiert nun mit diesen Törichten, die Jungfrauen? Sie müssen durch den Sonn Gottes. Ja, vor Entrückung. Ja, vor was? Vor dem Sonn Gottes. Vor dem Sonn Gottes. Das hat nichts damit zu tun mit der Drangsalzeit. Ja? Die Entrückung passiert nach der Drangsal. Weil ja die ganzen, die ganzen, die ganzen, ähm, die ganze Braut, die ganzen Heiligen gehen ja durch Drangsal. Alle. Ja? Und die Leute, die immer noch denken, diese Drangsal kommt nach der Entrückung, die sind natürlich falsch. Weil sie nämlich Dispensionslehre folgen. Und, ja, Dispensionslehre ist halt falsch. Ja? Radikal falsch, meine Lieben. Und die denken, die dann sagen, ah, Entrückung gibt's nicht. Aber trotzdem noch, äh, also dieser, äh, dieser Drangsal nachfolgen. Die sind dann auch genauso in dem, in der Dispensionslehre wie alle anderen. Ja? Weil sie nämlich nicht die richtige Reihenabfolge kennen. Ja? Also werden nun diese, fünf töricht den Jungfrauen, sie müssen durch die Drangsal gehen. Und wenn sie dann halt weiterhin an Jesus festhalten, ja, dann werden sie höchstwahrscheinlich geköpft. Weil da kommt nämlich dann das Mahlzeichen des Tieres, während er zeigt. Leute, wenn ihr meine Videos nicht angeschaut habt, mit dem Mahlzeichen. Das Mahlzeichen wird, während, kommt während dem Zorn Gottes. Nicht Drangsal, ja? Die Drangsal ist vor dem Tag des Herrn. Ja, gehen alle durch Drangsal. Ja? Natürlich gibt's auch Drangsal danach, aber nicht für die Braut. Ja? Natürlich gibt's Drangsal, aber das ist nicht, das heißt man nicht Drangsal, sondern das heißt man Zorn Gottes. Es wird nirgends Drangsal genannt. Nirgends, meine Lieben. Bitte, zeigt mir das. Ich habe einige Leute wieder, die mich angreifen und sagen, ihr Lehren, dass ich ihr Lehren verbreite. Nein. Wenn ihr denkt, ich verbreite ihr Lehren, dann müsst ihr das zeigen. Ja? Dann zeigt das bitteschön. Wo finden wir diese Dinge, die ihr denkt? Ja? Ja? Ihr seid ja viel zu feige, um eure Sachen zu zeigen. Aber die anderen richten und hinrichten. Ja? Ich richte niemand hin. Aber diese Leute, die machen das. Ja? Die sagen, oh, ihr Lehren. Ihr Lehren. Ja, dann muss ich es aber genau zeigen. Ja? Wenn ich ihr Lehren verbreite, dann will ich das sehen. Ich meine, ihr vielleicht, ich höre auf euch, wenn ihr sagt, ihr Lehren, ihr müsst es zeigen. Die Bibel muss überzeugen. Ja? Die Bibel richtet. Und sonst gar niemand. Aber ich höre damit auf. Ja? Weil ich jetzt ganz direkt den Draht verloren habe. Aber wir müssen, Leute, die Bibel kennen. Und wir dürfen nicht Dinge sagen, die halt nicht in der Bibel sind. Ja? Wie zum Beispiel Drangsal. Ja, die Drangsal, die kommt nach der, ähm, in der, nach der, ähm, Entrückung. Und dann kommen sie mit dem Käse. Entrückung gibt es nicht. Und dann kommen sie mit dem Käse von der Vorentrückung. Es gibt eine Entrückung, die ist gleich am Anfang vom Tag des Herrn. Ja, macht eure Studie. Ja? Gleich am Anfang vom Tag des Herrn. Danach kommt eben der Zahn Gottes. Weil ja da, während dem Tag des Herrn, zuerst muss ja Gott seine Feinde zerstören. Das System, dieses Tiersystem muss er ja zuerst zerstören, damit er sein Reich gründen kann. Ja? Das muss ja zuerst passieren. Und da müssen diese törichten Jungfrauen durch. Und hoffentlich zeigen sie Reue. Ja? Reue. Und merken, was sie falsch gemacht haben. Dass sie ihre eigenen Wünsche nachgelaufen sind. Und ihre eigenen Sachen nachgelaufen sind. Ich hoffe es. Und dass sie dann eben Gottes Plan nachfolgen. Es werden ja dann auch diese zwei Zeugen da sein. Und hoffentlich werden sie, werden diese Zeugen sie aufwecken. Wenn sie noch schlafen. Und dann am Ende von diesem Zahn Gottes, die wir ja dreimal, viermal in der Offenbarung sehen. Diesen Zahn. Zweimal 100% ja? In den sieben Zahnschalen und in den sieben Posaunen. Ja? Und dann noch dazwischendurch wird dieser Zahn immer wieder beschrieben. Ich glaube drei oder viermal wird dieser Zahn im Alten Testament beschrieben. Nein, im Alten Testament, in der Offenbarung beschrieben. Und dann am Ende werden die Engel, das heißt, wir sehen ja das in Matthäus 24, 29, also es fängt dann mit 30 an. 29 und 30, glaube ich, ist ja dieser Zahn Gottes beschrieben. Ganz, ganz kurz. Ja? Und dann danach werden die Engel diese Auserwählten einsammeln. Das sind aber nicht die Heiligen oder die Braut. Die Auserwählten sind die 144.000 Versiegelten in Offenbarung 7. Ja? Das sind die Auserwählten. Die wurden auserwählt, die wurden versiegelt. Ja? Damit sie geschützt sind während dem Zahn Gottes. Und sie kommen auch einmal vor, wo sie eigentlich geschützt waren dann. Ich glaube, im fünften Siegel von diesen Skorpionen, die die Leute stechen. Ja? Habe ich auch vor kurzem eben darüber gesprochen. Leute, wenn ihr neu seid, ihr könnt zurückgehen und meine Videos anschauen. Und ich habe das Gefühl, dass nicht alle meine Videos eben dann anschauen und dann ab und zu mal meine Videos anschauen. Und dann vermissen sie aber sehr viele Informationen. Sehr viele. Und wenn ich die gleiche Information bringe, dann ist es immer von irgendeiner anderen Sichtweise. Ja? Deswegen bringe ich diese Informationen immer wieder und immer wieder. Aber wie gesagt, von einer anderen Sichtweise. Wie heute. Ich bringe ja wieder diese zeitliche Abfolge von der Endzeit. Die halt viel durcheinander bringen, weil sie halt von dieser Dispensionslehre. Oder den Leuten, die nun diese Dispension, oder die lehnen nicht die ganze Dispensionslehre ab. Sie denken, sie lehnen die Dispensionslehre ab. Aber sie behalten halt noch diese Dispensionslehre bei. Sie sagen dann, naja, die Entrückung gibt es gar nicht. Aber den Rest von der Dispensionslehre, wie zum Beispiel, wie gesagt, die Trübsandzeit, die halten sie dann noch bei. Ja? Und dann kommen die Leute halt durcheinander. Und dann kommen sie an meinen Kanal und ich sage ihnen genau, was die Bibel sagt. Und dann sagen sie, ihr Lehre. Ja? Ihr Lehre. Warum? Weil sie nicht die Bibel lesen. Sie sagen, ihr Lehre, weil sie von irgendeinem falschen Lehrer was gehört haben. Ihr ganzes Leben lang vielleicht. Ja? Weil sie halt programmiert waren. Ja? Falsch programmiert. Und nun schreien sie ihr Lehre, aber sie gucken selber nicht nach, was die Bibel wirklich sagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich nun sage, ja, diese Leute sind oft nicht überzeugt davon. Und diese Leute gehen dann auch nicht zur Bibel. Ja? Ich weiß nicht warum. Weil sie ja verblendet sind. Ich habe eben das Gefühl, dass wenn Leute verblendet sind, ja, es ist unheimlich schwer, diese Leute aufzuwecken. Und ich habe auch gar nicht die Lust dazu, weil diese Leute nicht nur verblendet sind, sondern sie sind auch bösartig. Ja? Und der Moment, wo sie verblendet sind, weil es ja von Satan kommt, ja, es kommt ja von Satan, wenn man verblendet wird. Ja? Wenn man, ja, die Bibel ist ja voll davon. Der Johannes, ich glaube, habe ich zum letzten über den Johannes geredet, dass am Ende eben diese Spötter kommen. Johannes, nicht Johannes, Petrus sagt das. Und Paulus auch. Sie reden ja alle davon, dass am Ende dieser Abfall kommt. Dass am Ende auch sehr viele kommen, die die Leute verführen. Ja? Und dass sie Gott dann noch zusätzlich mit Blindheit schlägt. Und diese Leute sind mit Blindheit geschlagen, meine Lieben. Und dadurch aber, das ist ganz interessant, weil sie halt so blind sind, ja, was eigentlich auch ein satanisches Ding ist, dann werden sie auch böse. Ja? Ja? Diese Leute werden ganz, ganz böse. Und sie möchten, sie haben keine, ja, sie wollen andere sogar wirklich verletzen. Ja? Verletzen und ihnen weh machen. Und daran sehen wir, dass sie keine wirklichen Christen sind, die den Heiligen Geist haben. Ja? Ja? Wenn ich einen Kommentar gebe, auf jemand anderen Seite, ja, dann bin ich höflich. Dann bin ich höflich. Und sage ganz genau, was nicht stimmt, ja, welche Lehre nicht stimmt. Und ich gebe dann auch eben Bibelstellen und sage, das und das und das. Ich sage nicht einfach, ihr Lehrer. Ja? Wenn ich sage, ihr Lehrer, die meisten von den Pastoren sind ihr Lehrerinnen, dann sage ich das, weil sie der Dispensionslehre anhängen. Und wenn ihr wissen wollt, was Dispensionslehre ist, dann fragt mich, weil ich nämlich das schon ausführlich, ja, beschrieben habe. Ich glaube sogar, dass ich eine Playlist habe mit Dispensionslehre. Ja? Ausführlich. Meine Lieben, habe ich das besprochen, warum Dispensionslehre falsch ist. Warum Dispensionslehre eigentlich, ja, vom Mann der Sünde ist. Ja, wenn man der Sünde, den viele Antichrist nennen. Aber die wollen das nicht sehen. Ja? Es ist eigentlich Blödsinn, ja, diese Leute anzusprechen. Das ist am besten oft, wenn ich sie einfach wegklicke. Weil sie werden, wie gesagt, bösartig, diese Leute. Man kann mit denen nicht reden. Sie von Anfang an greifen sie an, ja, und das ist wirklich schade. Das ist ganz schade. Weil man dadurch, hat man nie eine Chance, irgendwie bei denen Leuten durchzukommen. Aber ich habe heute ein Video gemacht, ja, wo ich halt weniger Bibelstellen angeschaut. Ich habe schon Bibelstellen genannt und ihr müsst euch selber anschauen. Ja? Ich habe es nicht genannt. Habt einen Bleistift bereit und schreibt diese Bibelstellen nieder. Ich werde sie auch unten anbringen, ne. Ich bringe ja die meisten Bibelstellen an unten, ja, die dann relevant waren in meinem Video. Das mache ich ja eh. Aber diese Dinge könnt ihr in meinen Videos sehen. Dafür sind meine Videos da. Ich habe tonnenweise schon Videos gemacht über verschiedene Themen, habe mir verschiedene Dinge angeschaut in der Bibel, ja. Und wie gesagt, ich verstehe, wenn man nicht den Heiligen Geist hat, und ich muss das dazu sagen, ich weiß, die Leute, die werden immer böse, wenn man das sagt, ja. Aber normalerweise sollte man da nicht böse werden, sondern einfach sagen, ja, was muss ich vielleicht nachforschen, habe ich wirklich den Heiligen Geist oder nicht, ja. Habe ich den Heiligen Geist oder bin ich einfach jemand, der halt gesagt hat, Jesus, ich nehme Jesus an als meinen Retter und damit hat sich die Geschichte erledigt gehabt und dann bin ich halt weiterhin den Dingen nachgelaufen, ja, die ich halt früher auch nachgelaufen bin, ja. Und deswegen, was soll das mit dieser, ja, Wassertaufe, wenn ich eh dann hier wirklich das tue, was ich tun soll, ja, dann ist die Wassertaufe eigentlich nichts. Ich kann genauso sagen, ich habe Jesus angenommen und es hilft gar nichts. Ich kann genauso sagen, ja, ich habe, oder ich kann die Wassertaufe machen, es hilft gar nichts, ja. Ja, wenn ich nicht das umsetze in Aktion, dann hilft gar nichts, überhaupt nichts. Ich muss Jesus folgen, das heißt, ich muss die Welt zurücklassen. Ich muss die Welt wirklich zurücklassen, meine Lieben, ja, wirklich. Und ich glaube, das wird viel zu wenig gepredigt in den Gemeinden oder lass mich mal sagen, angewandt, ja. Ja, viel zu wenig tun das anwenden, sie schwimmen mit in der Vergangenheit. Das habe ich in meinem vorletzten Video besprochen mit dieser Pharmakia, ja. Das ist eine weltliche, unser Gesundheitssystem ist eine weltliche Organisation, ja. Ja, hinter der steht der Mann der Sünde. Und wir beugen uns diesem System, ja. Wir beugen uns diesem System. Wir haben Glück, dass wir noch nicht dieses Mahlzeichen haben, aber das Mahlzeichen, es kommt ja. Und die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, besonders diese, na gut, das kann ich nicht sagen, aber viele sogenannte Christen werden das Mahlzeichen annehmen, ja. Ja, ich sage euch, die Kirchen werden voll sein mit Leuten, die das Mahlzeichen annehmen, ja. Genauso wie sie halt das angenommen haben. Ihr wisst, was ich damit meine, ja. Diese Nadel, ich kann es ja jetzt wieder sagen, die Impfung. Die Leute, die diese Impfung angenommen haben, ja, die werden auch das Mahlzeichen annehmen. Vielleicht viele sind jetzt aufgewacht, das ist ja gut, ja. Aber viele sind halt noch nicht aufgewacht. Ich komme zum Ende. Ich hoffe, dass es geholfen hat für die, die vielleicht neu sind und sich da noch nicht so gut auskennen. Schaut meine Videos an, gebt mir einen Daumen, ja. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu seid. Und ja, was noch? Ja, gebt meine Videos weiter. An so viele Leute, wie ihr könnt. Warum nicht? Weil ich jetzt mehr und mehr Leute wohl möchte, sondern weil ich halt möchte, dass die Information an die Leute kommt. Weil ja so viele, wie gesagt, hinter dieser Dispensionslehre stecken. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nicht nur Dispensionslehre, sondern einfach, dass sie halt wirklich nicht wissen, wie sie wirklich gerettet sind, ja. Sie denken, sie sind, aber sie sind nicht. Also, lasst den Heiligen Geist euch immer leiden. Also, lasst den Heiligen Geist euch immer leiden.